Für mich persönlich ist die Heimtech-Swiss eine sehr sympathische Messe, weil wirklich die ganze Schweizer Einrichtungsindustrie hierher kommt, sich träfft und es funktioniert da sehr gut. Musik Wir haben relativ schnell viel gesehen. Wir müssen nicht vielleicht gleich sehen, wenn wir Lieferanten empfohlen. Wir könnten eigentlich in der relativ kurzen Zeit unsere Muster wählen. Und das ist natürlich der Vorteil, dass das in der Schweiz noch stattfindet. Die Messe Hintech-Swiss finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es bemerkenswert, dass es nicht nur eine Ausstellung ist, sondern dass man sich da auch noch über Fachvorträge inspirieren lassen kann. Und natürlich, was auch nicht fehlen an so einem Anlass ist der Austausch unter seinesgleichen. Musik Es war ein sehr grosses Erlebnis. Und ja, man arbeitet unter Zeitdruck und halt auch etwas gegeneinander und miteinander, sage ich jetzt mal. Und ja, es war ein sehr grosses und schönes Erlebnis. Musik 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 Vielen Dank.